Das Waterman Giveaway, der Füllhalter, um den es geht, ist der Waterman Expert. Ohne Übertreibung, Waterman ist einer der besten Füllhalter weltweit. Er kommt hier in einem Pärchen mit dem dazu passenden Kugelschreiber. Aber bitte nicht in diesem Video den Kommentar hinterlassen, sondern dem Link folgen. Und, damit Sie sehen, wer jetzt nichts gewonnen hat, das nächste Giveaway naht. So wie dieses vorbei ist, kommt der nächste. Aber, wie gesagt, das wäre fürs nächste Giveaway. Diesmal geht es um diesen Waterman Expert. Aber bitte nicht den Kommentar in diesem Video hinterlassen, sondern dem Link folgen. Okay. Amen. 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 Amen.